So ihr Lieben, die Ölsaaten sind in der Mühle und da läuft der edle Saft. So, Sinn des Spiels ist es herauszufinden in diesem Mühlengang, wie viel Ölgehalt ich jetzt da rauspresse, das bedeutet nichts anderes, ah, guck mal wer da steht, meine Katze. Das ist der Max, gut, also Ölgehalt, ich habe jetzt 10 Kilo in der Presse gehabt und dann schauen wir jetzt mal gleich auf der Waage, wie viel das Brutto ergibt, ungefiltert. So, jetzt wollen wir mal das Tara machen, der liegt. So, und jetzt kommt der Hanf, den ich nehme runter. So, 27,2 Prozent kommen raus aus dem Hanf. Das ist nicht schlecht, ich würde mal sagen, da geben wir jetzt mal Gas, dass wir da die 100 Flaschen voll kriegen. Dazu 끊. Bis dann. John Kerry Samaman Untertitelung des ZDF, 2020